Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video, was am Anfang gesagt werden muss, ja es tut mir leid, ich nehme gerade mit meiner Kamera auf und ja, mein Aufnahmegerät momentan spinnt ein bisschen und ist ein bisschen kaputt gegangen, ich weiß auch nicht was da passiert ist, auf jeden Fall werde ich mir auch bald wieder neues wieder bestellen, ja ich habe gerade vor kurzem erst eins bestellt, aber das tut mir jetzt auf jeden Fall leid. Und ja, ich wollte euch einfach ein Video kurz zeigen und eine Info dazu, weil es wird ja bald dieses neue DLC rauskommen, heute ist ja der 19. und heute müsste eigentlich Neville Strike draußen sein, ich weiß auch jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ist ja auch jetzt egal, ihr wisst was ich meine. Und ja, es gab halt am Anfang bei China Rising ja dieses Projekt, Phantom Projekt, zeige ich euch mal kurz, hier geht ihr auf eurem Soldat, dann geht ihr auf Aufträge und dann rollt ihr ganz runter, bis dieses Totenkopf gehabt, genau das, Phantom Anwärter, sorry, Anwärter. Und da musste man ja einen Code eingeben, dass man dieses hier freischalten konnte, dass man weiß, was man dafür machen muss, dass man dieses Doktick freischaltet. Und ja, das haben ja die Leute herausgefunden mit so Codes und so Hinweisen bei China Rising und es wird genau das gleiche geben, das Auftrag, nur es heißt anders und es heißt Phantom Schüler. Ja, es wird auf jeden Fall kein Doktick mehr geben, sondern eine Tarnung, wer es schon gesehen hat im Spiel, müsste es wahrscheinlich gesehen haben und sich wundern, warum kann ich das nicht nehmen. Und ja, folgendes ist halt ein anderes Phantom Schüler und hier ist auch wieder ein Fragezeichen, man kann hier nichts tippen und so und das ist das gleiche wie hier, man muss einen Code suchen im Spiel, also beim neuen DLC, auf den vier neuen Karten von Neville Strike hier. Also man muss warten, bis das Spiel draußen ist, bis das DLC draußen ist, was laber ich das Spiel, und man muss einmal Premium Spiele gespielt haben, man braucht Premium dafür. Und ja, wenn es neue Infos dazu gibt, was es für ein Code, meine Fresse, was für ein Code es gibt dafür, was man dafür benötigt, dann werde ich euch informieren. Aber momentan gibt es noch nichts, weil auch das DLC halt noch nicht draußen ist. Und ja, ich wollte es einfach einfach nochmal hinten drauf weisen, dass es ein neues Phantom Projekt gibt und es bald wieder gelüftet wird, hoffe ich mal. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Schön. Boah, mein Deutscher. Danke fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht, wahrscheinlich viele drücken nicht, weil ich hier statt mit meiner Hand rumwackele. Es tut mir halt auch leid, ich habe momentan halt kein Aufnahmegerät. Und ja, wie ihr seht, ich bin auch im Clan von Corny, da könnt ihr auch euch bewerben, er nehmt euch auf jeden Fall an. Und, ähm, hier findet man ihn, Moment. Wer ihn nicht kennt, ist ein berühmter LPR, schaut mal bei ihm vorbei, er macht auch Hammer-Videos. Und, ähm, ja, das war's dann. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.